Guten Tag, ich melde mich aus meiner Heimatstadt Kassel, wo ich einfach nur so unterwegs bin, um mal wieder sinnlos ein paar Bahnkilometer zu sammeln, denn ich bin ja als stolzer Besitzer der Bahncard 100 quasi nebenberuflich Bahnfahrer. Ich sammle Bahnmeilen, denn wir wissen seit Greta Thunberg, Bahnfahren ist das neue Fliegen und mein persönlicher Ehrgeiz ist, dass ich quasi der Meilenkönig der Deutschen Bahn werde. Das ist bei acht bis zehn Stunden im Zug jede Woche eigentlich auch sehr wahrscheinlich, dass mir das gelingt. Darüber können wir ja reden. Mein Hobby, die Eisenbahn. Vielleicht aber auch über das Wetter, über Fußball, über Sex. Ich bin sehr gespannt, aber ich freue mich. Am 29.08. scharf gestellt St. Pauli im Kukun. Ich bin dabei. Große Freude, wenn ich bis dahin meinen Zug gefunden habe.